Nachdem die letzte Folge dann doch sehr kurz war, mache ich heute gleich die nächste Folge und mal sehen, welches Spiel für diese Folge dann in die Auswahl kommt. Und es ist Chronicle Runescape Legends. Und was hieß das? Kartenspiel Strategie. Oh, 2 GB zum Installieren. Und mal wieder eine weitere End-User-License. Mal sehen, ob ich dann auch wieder einen extra Account anlegen muss. Auf jeden Fall, es will nur 1,2 GB runterladen, aber es dauert auf jeden Fall dann noch eine Weile. Gut, soweit. Es hat 44 Steam-Errungenschaften. Und ja, was ist jetzt hier genau? Irgendwie eine Mischung aus Trading Card Game, also Sammelkartenspiel. Und ja, mal gucken, was da für Spielelemente drin stecken. Und wie die einzelnen Elemente da zusammengesetzt werden. So, das Spiel ist soweit runtergeladen und das ist mein erster freigeschalteter Legend. Und du hast den Raptor freigeschalten. In deinem starken Rüstzeug ist der Raptor eine Herausforderung für jeden Gegner. Skelettkrieger und Kreaturenkarten haben Angriffspunkte und Trefferpunkte. Soweit, so klar. Von dieser Karte hältst du 3 Gold. Kreaturen lassen Beute fallen, wenn du sie besiegst. Das ist eher so eine Tower-Defense-Variante mit Karten. Für Hilfskarten brauchst du 4 Gold. Und Verbündeter und ein Feuerball. Bazi-Vogel. Von dieser Kreaturenstug Trefferpunkte. Aha. Das sind die Werte deiner Legende. 2 Angriff, 0 Gold und 30 Leben. Das sind die Werte deines Gegners. Okay, die sind genauso wie meine. Wenn die Trefferpunkte auf 0 senken, habe ich gewonnen. Das ist mein Blatt. Gut. Du ziehst ja alle Karten auf dem Spielfeld, den du nimmst, du auf sie klickst. Äh, ja, sehr lustig. Vor allem, wenn ich keine... Ah, ja. Das heißt, das ist die Goldbeute und das sind die Goldkosten. Aber den brauche ich dann nur für den da. Und den kann ich jetzt platzieren, wo ich will. Das scheint mir ein bisschen unübersichtlich im Moment. Okay, dahin. Placiere alle Karten auf den Spielfeld, indem du auf sie klickst. Und dieser Bazi-Vogel. Den setze ich mal nach hinten. So, und jetzt? Ja, den kann ich doch nicht platzieren. Ja, genau. Sorge dafür, dass du vorher von anderen Karten Gräuter hältst. Ja, und wie soll ich das machen? Hä? Okay, verstehe ich nicht. Achso, das heißt, ich laufe jetzt hier durch... Was? Das heißt, ich muss jetzt hier durch meine eigenen Kreaturen durchlaufen. Deine Legende trifft in der Reihenfolge auf die Karten, in die du sie platziert hast. Kreaturen sterben, wenn ihre Treffepunkte auf 0 sinken. So viele Schadenspunkte teilt deine Legende pro Treffer im Kampf aus. Kreaturen wehren sich mit dieser Anzahl an Schadenspunkten, wenn sie nicht besiegt werden. Okay, das heißt, wenn sie besiegt werden... Okay. Dann richten die zumindest keinen Schaden mehr an. Und ich bekomme drei Gesundheitspunkte und das Gold. Die meisten Legenden können nicht mehr als 30 TP haben. Gut. So, ein Treffer, vier verloren und... Hm, so weit, so gut. So, sechs Goldmünzen und jetzt kann ich diesen... Die ES-Karten brauchst du von deiner Legende gesammelt. Genau. Und jetzt habe ich einen Angriffspunkt gewonnen. So, und was hat es jetzt mit dem da auf sich? Kapitel 1, Lundi. Kapitel 2, Kurs, macht das Spiel. Kann bis zu fünf Kapitel lang dauern. Aha. Will sich die beiden Helden dann begegnen, oder wie? Panzerzombie und Toter. Von dieser Karte erhältst du Rüstungspunkte. Flecher Kobold. Der Text auf eine Karte gibt dir den Effekt an. Okay, das heißt, dann geht es so. Seit den ersten drei Kapiteln werden jeweils drei Karten am Beginn jedes Kapitels gezogen. Du kannst maximal zehn Karten haben. Also, ich kann hier jetzt schon drei Schaden machen. Das heißt, da kann mir nichts tun. So, dann frecher Kobold. Hier eine Karte. Der ist dann auch weg. Und hier brauche ich wieder zwei Goldmünzen. Drei habe ich ja dann bis dahin. Ich bekomme sieben Gesundheit zurück. Na also dann, auf geht's. Rüstzeug schützt die Trefferpunkte deiner Legende vor Schaden. Es gibt kein Maximum an Rüstungszeugpunkten. Aktien werden die dann direkt verbraucht. Effekte werden normalerweise wirksam, indem man auf eine Karte trifft. Gut. Jetzt habe ich eine Karte gezogen. Und das ist da drüben. Der hat auch schon... Der Gner trifft auf seine eigenen Karten. Ja, also mal eine sehr andere Variante. Er hat eine Gold- und Wertesbasis. Angriffspunkte. Der hat jetzt nochmal drei Goldmünzen bekommen. Entsprechend meiner Angriffspunkte. Na super. Durch gewonnene Waffenbeuten werden Legenden im Kampf stärker. Drachenlangschwert. Aha. Also. Reduziert einen Wert oder entfernt eine Waffe, falls vorhanden. Entferne deine Waffe. Kämpfen mit dem Gegner, ziehe eine Karte. Drachenlangschwert, nicht genug Gold. Okay, das heißt, ich muss erst hier. Dann habe ich erst vier. Kämpfe mit dem Gegner, ziehe eine Karte. So. Dann kann ich jetzt meine Münze und danach kämpfe mit dem Gegner, ziehe eine Karte. Hm. Na dann, mal schauen, was da passiert. So, der zieht zwei Karten. Ach nee, drei Karten, zwei Treffepunkte waren es. So, entfernt deine Waffe. Ich hatte ja gar keinen. So, jetzt habe ich meinen Drachenlangschwert. Waffen haben zwei Werte. Waffenangriff und Waffenstabilität. Das heißt, ich kann dreimal damit zuschlagen, nehme ich an. Ich kriege dem Weg mal drei Schadenspunkte zu und kämpfe mit dem Gegner, ziehe eine Karte. Die Waffenstabilität sinkt jedes Mal, wenn eine Legende angreift. So, auf jeden Fall hat er jetzt acht Schaden bekommen. Absorbiert Schadenspunkte immer zuerst. Okay. Das heißt, die zwei Angriffe sind dann weg. Und dann nochmal drei Schadenspunkte und ein Leben verloren. Ja gut, soweit so verständlich. So, dritte Runde. Da bekomme ich wieder sechs Lebenspunkte dazu, aber dafür brauche ich erstmal... ...wähle drei Kreaturen aus, die du duplizieren möchtest. Nichtverwendete Karten werden ins nächste Kapitel übernommen. Nicht genug Gold. Ja, und so viel Gold bekomme ich die Runde eh nicht zusammen. Das heißt, ich kann sowieso nur drei platzieren. So, wir gehen dem Gegner vier Schadenspunkte zu. Dann das... Also hatten wir jetzt drei. Dann könnte ich eigentlich doch die da benutzen. Aber lieber wieder sieben. Wobei... Der ist beim ersten Schlag weg und der ist beim ersten Schlag weg. Das heißt, das brauche ich ja dann noch nicht. Koppenrad-Wiese. Haha, sehr lustig. Okay, greif den Gegner an. Und dann kann ich mir die aber nicht mehr leisten. Oh, verdammt. Ich hätte die früher angreifen sollen, dann hätte ich noch die fünf Schaden gehabt. Tja, das war schon ein kleiner strategischer Fehler. Ja, da hätte ich ihn mit acht angreifen können, statt nur mit drei. Naja, dann sein nächstes Mal. Ey. Hier wird nicht gehauen. Der hat jetzt schon genug Kohle gehabt, um das Koppenrad-Ding einzusammeln. Okay, letzte Runde. Okay, jetzt brauche ich erstmal wieder Kohle. Dies ist das letzte Kapitel. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Also ich brauche erstmal das Geld von dem, damit ich mir dann entsprechende Heilung leisten kann. Und dann gibt der nächsten Kreatur des Gegners zwei AP hinzu. Und ja, lieber Heilung oder lieber fünf. Sieben lohnt sich ja jetzt noch nicht. Wobei es ziemlich egal ist. Also einfach drauf los. Wieso habe ich jetzt wieder eine Waffe? Ah, habe ich die von dem anderen bekommen? So, jetzt hat er zwei Lebenspunkte mehr und schafft dadurch einmal den Schaden. Aber er hat auch Heilung bekommen. So, jetzt habe ich auf jeden Fall fünf Wurstzeug. Und jetzt hauen sie sich so lange die Sachen um die Ohren. Bis einer von beiden Wurren hat. Wenn beide Legenden am Ende des fünftes Kapitels noch am Leben sind, entscheidet ein finaler Kampf den Gewinner. Fünf, zwei, fünf, drei, zwei. Naja. Okay, es ist auf jeden Fall ausreichend strategisch vorzugehen. Das hättest du nicht besser machen können. Probier ein Solospiel, um weiter zu üben. Ariane wurde von dir besiegt. Gut. Soweit der erste Einstieg. Übung macht den Meister. Beim Solospielen kannst du deine Taktiken üben und lernen, wie Chronicle funktioniert, während du dir tolle Belohnung holen kannst. Hier kannst du auch deine selbst erstellten Decks austesten, bevor du sie auf andere Spieler loslässt. Schalte alle Legenden frei, indem du sie besiegst. Ich erhalte einen Kartenpack für das Abschließen jeder Schwierigkeitsstufe. Okay. So, die Magien habe ich jetzt freigeschaltet. Zauberin erweitert ihr Blatt und opfert Angriff. Glückwunsch. Neue Legende. So, typische Karten. Skelettdiener, Erdschlag, Luftbrugel, Erdwucht. In dieser Schwierigkeitsstufe besiegte Legenden. 0 von 6. Das heißt, jetzt soll ich gegen die hier antreten. Achso, verdiene die beim Sieg Kupfermünzen. Ich dachte jetzt schon, die muss ich vorher bezahlen. So, die kann ich noch nicht. Da muss ich noch ein bisschen erst die anderen, wie war das? Die Legende in einer Einfallschwierigkeitsstufe, um sie freizuschalten. Dann in Gold. Na gut. So, zurück. Was ist sonst noch hier? So, Gesamtschiffe 2. Gesamtsiege 0. Aktueller Rang 10. Tagesabenteuer 0. 105 von 399 möglichen Karten. Tagesabenteuer. Besiege 10 Kreaturen. Bezahle für 10 Hilfskarten. Schließe 3 Solospiele ab. Gut, die Solospiele werde ich dann gleich machen. Und epische Abenteuer ab Gesamtschiffe 20. Gut, die werde ich dann jetzt hier im Video nicht kennenlernen. Also Twitch, Reddit, Forum, Twitter und YouTube. Okay, das ist jetzt nichts, was ich mir anschauen müsste an der Stelle. Also, Solo-Fortschritt. Solo-Spiel. Liga kann ich ab Stufe 5 erst rein. Also bleibt es eh bei den Übungen spielen. Gut, dann Magierin. Deck-Auswahl mit dem Raptor. Neuling, Neuling. Gegner wird gesucht. Ich denke, das ist ein Solospiel. Muss doch kein Gegner gesucht werden. Aber jetzt kann ich vor allen Dingen etwas freier spielen, nehme ich an. Welche der Karten möchte ich wähle, welche Karten du austauschen möchtest. Ich behalte die erstmal. So, also es gibt jetzt 3 Felder. Und so, Geld habe ich keins. Obfere 2 RP und füge dem Gegner 4 SP zu. RP sind doch Rüstungspunkte. Achso, weil ich keine Rüstungspunkte habe, kann ich dir natürlich auch nicht opfern. So, der ist schon ziemlich gefährlich. Den schläge ich nicht mit einem Schlag weg. Den schon. Füge der nächsten Kreatur des Gegners 2 RP hinzu. So, Gold kann ich nicht viel machen. Das heißt, wenn ich die ausspiele, kann ich zumindest noch die ausspielen. Lohnt sich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Weil ich habe ja dann gerade mal 3 Schadenspunkte. Also, erst mal los. Ziel 2 Karten erleidet 2 Schadenspunkte. Oh. Das hätte ich mir vielleicht auch nochmal mit angucken sollen. Aber gut. Ja, ich hatte jetzt keine weiteren. Weiter geht's. Die große Markthalle, in der jetzt weitergekämpft wird. So, Rüstungspunkte habe ich jetzt immer noch nicht. Die brauchte ich erstmal. Entferne 6 Trefferpunkte. Reduziert einen Wert oder entfernt eine Waffe, falls vorhanden. Okay, dafür bekomme ich aber 8 Rüstung. Ich kriege 3 Schadenspunkte und verliere 2 Waffenstärke. Ey, das wäre ja cool. Achso. Der hat im Moment gerade eine Waffe. Das heißt, die würde sofort verschwinden. Dann hätte ich aber noch eine Münze. Das heißt, da könnte ich nochmal Rüstung dazuholen. Also gut, dann machen wir erstmal, dass seine Waffe verschwindet. Dann die Rüstung. Und dann noch ein bisschen mehr Rüstung. Und dann opfere noch 2 Rüstung und füge dem Gegner 2 Schadenspunkte zu. Na dann mal los. Wir kriegen hier leider die 3 Schadenspunkte. Hallo. Da haben wir zweimal kämpfen. Dann kriege ich 2 Karten. 20 zu 25 plus die 5 Rüstung. Rüstung hat er aktuell keine. Entfernt 6 Trefferpunkte, aber dafür deutlich mehr Rüstung. Und opfere 2 Rüstungspunkte. Und eben 4 Schaden. Ist ja lustig, dass man die dann so indirekt bekämpfen kann. So, was stelle ich jetzt? Gold habe ich keins mehr. Kann ich keine einsetzen. Und ich kann nur gegen diese furchtbar starken Kreaturen da kämpfen. Aber dafür kriege ich dort einen Angriffspunkt dazu. Was mir noch relativ wenig nützt. Also die müsste ich im Moment ja... Boah. Das ist ja unten. Entferne deine Waffe. Aber was bringt mir das denn? Achso, ich bekomme Münzen. Ja, das ist dann auf jeden Fall schon mal sinnvoll, die jetzt zu nehmen. Für eine 4 AP von deiner nächsten Kreatur. Dann hätte sie nur noch 5. Beziehungsweise... Ne, ich nehme jetzt erstmal den noch dazu. Dann habe ich einen noch gut. Jetzt die Frage, den Panzerzombie. Dann kriege ich zumindest 4 Rüstung dazu, nachdem ich 1 verloren habe. Ja, dann machen wir lieber gleich noch einen ordentlichen Kampf. Acht. Ne, das überlebe ich nicht. Okay, dann machen wir nur den Rüstungszombie. Äh, den Panzerzombie. Kann ich nicht dem anderen die... Bezahl für 10 Hilfskarten. Ach, das sind die Hilfselemente. So, jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen geheilt. 23. 12 Goldmünzen. Die könnte ich mal gebrauchen. So, auf jeden Fall 4 Rüstung, die er fallen lässt. Und der hat schon wieder eine Waffe. Das kann doch nicht wahr sein. So, okay, Level 4 auf. Jetzt bekomme ich jetzt ein bisschen was Vernünftiges. Okay. Opferer 2 Rüstung und fügt dem Gegner 4 Schadenspunkte zu. Fügt der nächsten Kreatur des Gegners 2 AP hinzu. Gut, dann machen wir erstmal den. Dann Opferer 4 Rüstungspunkte, also genau, 2 Rüstungspunkte für Schaden. Ja, und die kann ich nicht verwenden. Die überlebe ich nicht. Also, los, auf in die nächste Runde. Aber der nächsten Kreatur sind auf die hinzugefügt worden. So, 12. 12 hat er noch. Zumindest nützt es ihm nicht 4. Okay, jetzt hat er 3 Schadenspunkte. So, mal schauen, wie jetzt die nächste Runde ausgeht. Ja, sowas. So. Kämpfe mit dem Gegner. Zieh eine Karte. Okay, dann kann ich ihn schon einmal angreifen. Viel mehr kann ich an der Stelle eh nicht machen. Bedienen kann ich nichts. Und dann noch den Panzerzombie, um zumindest noch ein bisschen mehr Panzerung zu bekommen. Das war's. Drachen Langschwert kann ich mir nicht leisten. Kriege ich nicht genug Geld zusammen. Was das zeigt an, welche Karten du und dein Gegner gespielt haben. Okay. Okay. Das Kartenziehen nützt mir letztlich auch nichts mehr. Ja, der kriegt jetzt wieder eine Waffe und... Oh, 17 Gesundheit. Also hat er dann. Das ist nicht gut. Das könnte für mich noch ziemlich ungesund ausgehen. So, 26 zu 17. Knapp. Bloß 5. Nein! Ein Schlag zu wenig. Wird auf Stufe 2 freigeschaltet. Entferne 8 Treffepunkte. Super. Was ist das denn bitte? Achso, das heißt mit jedem Aufstieg von was auch immer bekomme ich dann auch stärkere Karten. Weil so war das Deck ja totaler Schrott mit diesen blöden starken Karten da drin. So, okay. Ich habe sie jetzt noch nicht besiegt. Also auf ein nächstes. Da sehe ich gerade, dass ich den Timer natürlich mal wieder vergessen habe. Und der Raptor. Ah, okay. Das ist der Krieger, der dann nach und nach aufgelevelt wird. Also beziehungsweise einfach die Hauptfigur, mit der ich A spiele. Gut. Dann spiele ich jetzt mit der Magierin. Mal gucken, ob ich mit der Magierin gegen die Magierin bessere Chancen habe. So, entfernen. Ja, bekomme ich eine Extra-Karte. Ja, ja, super. Da bekomme ich eine Waffe. Das heißt, ein Trefferpunkt mehr und zwei Angriffe lang zehn Lebenspunkte. hat dem Gegner drei Schadenspunkte zu. Achso, jetzt kann ich ja wieder... Ja, die beiden Karten scheinen mir nichts zu taugen. Deswegen nehme ich die mal lieber raus und schaue, dass ich hier besser vorwärts komme. Ja, also als erstes mal die Karte. Dann entferne deine Waffe, die ich noch nicht habe. Entferne drei Trefferpunkte des Gegners. Dann hole ich mir die Waffe. Und mehr kann ich in der Runde nicht machen. Los. Okay, 27 zu 24 ist ja gar nicht mal so schlecht aus. Aber es geht mir alles ein bisschen zu langsam. Kann ich denn den Ablauf ein bisschen beschleunigen? Okay, also ich habe jetzt drei Angriffsdinger, die ich zwei Runden lang benutzen kann. Da bekomme ich nochmal eine Angriffswaffe. Die Frage ist, ob die additiv sind. Auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall gleich rausbekommen. Weil dann probiere ich das mal bei dem aus, ob dann die... Ja, auf jeden Fall habe ich dann vier Schaden. Das funktioniert auf jeden Fall. Und hier bekomme ich auf jeden Fall eine Karte dazu. Und den werde ich dann erstmal noch weglassen. Für den Gegner Schadenspunkte entsprechen der Anzahl der Hilfskarten in deinem Blatt zweimal zu. Okay, ich habe dann nur noch zwei Hilfskarten, aber vielleicht kriege ich ja noch drei weitere. Dann werde ich das mal ausprobieren. Los geht's. Also ich kann es irgendwie nicht beschleunigen. Im Moment scheint sie zuerst dran zu sein. Achso, stimmt. Sie hat ja angefangen. Sie hat den ersten Turn bekommen. So, da war jetzt glaube ich keine Hilfskarte dabei. So, sie hat auch zwei neue Hilfskarten. Äh, zwei neue Karten. Und ich bekomme auch eine Karte. Das war glaube ich eine Hilfskarte. Also habe ich drei Hilfskarten jetzt im Deck gehabt. Okay. So, jetzt habe ich nicht darauf geachtet, was mit der Waffe passiert ist. Aber so wie es aussieht, ist sie wohl eher ausgetauscht worden. Und wird nicht aufeinander addiert. Okay, ich habe jetzt noch vier Schaden. Einmal vier. Und dann hätte ich wieder zwei Schaden. Das ist natürlich viel zu wenig. Aber hier kann ich auf jeden Fall den Dreier noch mit einem Schlag wegputzen. Dann kann ich mir wieder eine Waffe holen. Wobei ich die jetzt aktuell nicht brauche. Dann lieber hier die Steigerung. Das heißt, damit bekomme ich eine Verwürfe, eine zu verlegen Karte. Das ist nicht gut. Entferne zwei Trefferpunkte und ziehe drei Karten. Achso, zwei von mir. Gut, dann die Karte. Und wenn ich dann sowieso bloß noch 23 habe, dann hole ich mir jede sieben Lebenspunkte zurück. Das war das. Und deswegen geht es auch auf die nächste Karte. Das heißt, wenn ich der erste habe, dann geht es natürlich parallel hier rüber. Während es ansonsten auf die nächste Karte dort drüben geht. Entferne zwei Trefferpunkte und bekomme drei Karten dazu. Und jetzt bin ich wieder bei 30. So. Auf zu Level Kapitel 4. Erhalte Gold im Wert des Basis-AP des Gegners. Das heißt, vier, acht. Auf zu Level 3 TP des Gegners hat er 13. So, dann bekomme ich wieder eine Waffe. So. Auf zu Level 6 TP des Gegners. Fügt mir ein Gegner fünf Schadenspunkte zu. Okay, damit bekomme ich nur einen Schaden mehr. Das nützt mir also nicht allzu viel. Und dann kann ich auch... Nee, mit vier nützt es mir ja nichts. Hm. Entfernen zwei Trefferpunkte. Fügt dem Gegner Schaden. Hey, das ist doch jetzt mal was. Hm. Ja, toll. Dann muss ich aber zwei von den Karten wieder opfern. Was natürlich dann eins... Dann hätte ich wieder nur noch drei Stück in meinem Deck. Okay, dann lasse ich mir die Waffen mal noch über und sammle das erstmal ein. So. Das wäre ziemlich gefährlich. So, dann lieber behalte Gold. Und dann das Gold auch noch dazu. Und dann hat der Gegner zumindest noch sechs Schaden. Plus die fünf da vorne. Dann hat er nur noch fünf übrig. Das wäre doch schon mal was. Die könnte ich ihm eigentlich in der nächsten Runde, wenn das klappt, mit der Karte töten. Und dann kommen wir. Okay. Ja. Und dann kommen wir. noch mal mehr geld 6 jetzt hat er vor macht die basis ap okay nicht die die er tatsächlich hat was blödes was war das jetzt wieso hat er da jetzt noch mal was soll der schaden ist rübergegangen es sei aus als hätte er angegriffen der kampf mit meinem abenteurer kollegen rückt näher erhalte drei temporäre angriffspunkte erhalte noch mal drei temporäre angriffspunkte ja wie lange du bekommst einen basis ap bonus der bis zum nächsten feld anhält hält nicht zwischen kapitel oder bis zum endkampf und kapitel 5 an das ist ja cool also den den dann habe ich 9 10 und einmal das ja da bin ich ja jetzt gespannt das wäre genial wenn das jetzt aufgeht jetzt habe ich schon die errungenschaft die magierin freigeschaltet dabei ist ja dass der kampf noch gar nicht zu ende greift doch nicht so schnell vor wenn ich mir hier das ganze zeug erst noch angucken muss und der kampf eigentlich schon entschieden ist jetzt habe ich gar nicht so sehr manchmal so heißen jetzt nur noch vier nein irgendwas ist da nicht aufgegangen okay immerhin habe ich zwar gewonnen aber irgendwie lief das nicht wie ich es geplant hatte wirf eine zufällige karte weg entferne fünf ap von deiner nächsten kreaturen die beiden karten habe ich zweimal bekommen zu kartendecks hinzufügen nächste blumen auf stufe drei erhalte rp entsprechend der hälfte deiner karten zahlen rp ist rüstungspunkte okay kann ich die trotzdem noch mal spielen ja anscheinend schon aber ich bekomme keine belohnung mehr außer dass ich halt dann experience sammeln jetzt kann ich natürlich in silber schlagen aber dann spiele ich jetzt erst mal hier den krieger weiter und die anderen kann ich sobald ich sie besiegt habe dann spielen okay ariane ist jetzt schon auf zwei und jetzt spiele ich den raptor gegen den raptor also das ist auf jeden fall nicht so interessant die firma das war ein tolles schwert aber ich glaube der verteidigungs tank ist jetzt auch noch nicht so hilfreich bestätigen die zwei karten erleide zwei schadenspunkte prima ja viele optionen habe ich jetzt hier nicht dann einmal gehen und dann kann ich noch die rüstung anlegen der der drei schadenspunkte mit zwei waffen stärke ja das werde ich mir auf jeden fall früher anlegen ich bin ja mal gespannt wie er dann eventuell überhaupt noch seine kreaturen überlebt also los geht's so zwei zusätzliche karten und jetzt gut da bekommt er noch seine goldmünzen die gegner leidet drei schadenspunkte und verliert zwei ach schadenspunkte hat er noch verloren das drach oh das drachenschwert ist weg ach schade das waren nur sp punkte aber immerhin ein bisschen rüstung dazu bekommen gut so da kann ich noch angriffsstärke bekommen im moment habe ich drei bevor er zwei rüstungspunkte und füge dem gegner vier schadenspunkte zu entferne sechs treffer punkte reduziert einen wert oder entfernt eine waffe falls vorhanden okay erst mal zwei gegen die vier opfern so den kann ich direkt erledigen den letztlich auch so die frage ist jetzt nur bringt es mir was den anzugreifen weil das heißt ich muss den zweimal angreifen also beziehungsweise dreimal unterhalte zweimal schaden das heißt ich bekomme 16 schaden die zwar mit der rüstung ausgeglichen werden dafür bekomme ich zwei lebenspunkte zurück und einen zusätzlichen schaden zu treffen tja gold müsste man haben echt schwierig naja ich lass das mal drauf ankommen so der hat jetzt eine waffe bekommen kann jetzt natürlich den da gut platt machen auf jeden fall hat er auch einmal den schaden eingesackt ist für ihn natürlich dann um einiges besser gelaufen als das jetzt gleich für mich laufen wird 1 2 immerhin kriege ich ihn jetzt auch klein so er hat dann auch vier angriffspunkte da liegen wir immer noch ziemlich gleich auf und er ist leicht im vorteil mit einem lebenspunkt das gefällt mir überhaupt nicht super ich kann heilen entfernt drei rüstungspunkte entfernt vier tp von deiner nächste kreatur und dann soll mir das nützen ich habe überhaupt keine nächste kreatur vor allem entfernt drei rüstungspunkte das kann ich nur komplett durchlaufen ohne irgendwas tun zu können das sind die naja dann mal los ich hatte ich ein paar erzieher ja es ist aber nicht sinnvoll und weder möglich noch sind noch irgendwie zu sicherlich keine karten spielen will ja bin ich super ooooh bekommt er geschenkt ohne dass er sie angreifen muss unglaublich so kapitel 4 so ob nicht bekomme ich jetzt mal kreaturenkarten wieder damit ich irgendwas anstellen kann ok verwirf eine zufällige karte gut dann habe ich fünf angriffspunkte dann kann ich damit jetzt wird ein wert oder ein wert einer waffe vorhanden so habe ich ja nicht ich glaube das sind wirklich nur die rüstungspunkte rp und nicht hier irgendwelche angriffspunkte so weil wenn der dann vier tp entfernt dann hat die noch fünf und ich habe ja dann fünf angriffskraft das heißt das sollte ziemlich gut funktionieren jetzt wird auf jeden Fall spannend bleiben so mal gucken ok kopenrath und wiese wird verworfen ok jawoll jetzt hat die nur noch fünf und ich habe fünf angriffsstärke ich bin zumindest etwas besser ich habe jetzt sogar sechs angriffsstärke und 22 leben aber es wird für den ausgang wäre es ziemlich knapp wenn es dabei bleiben sollte weil mit vier schadenspunkten hat er fünf angriffspunkte und ich muss 33 schaden machen vorher komm gib mir was vernünftiges jetzt das ist der endkampf ich muss mich vorbereiten ok dann bekomme ich das noch auf der nächsten karakter des gegners 2 ap hinzu gut das ist egal entferne deine waffe bekomme ich zumindest drei schadenspunkte also drei goldpunkte meine ich so ich könnte dann später die waffe für den endkampf benutzen und ich könnte noch den kopenrath und wiese trinken also einmal die heilung und dann noch den die waffe dazu mehr geht jetzt eh nicht so dann bin ich zumindest mit ja 30 weil mehr als das wird es ja wahrscheinlich nicht gehen maximale tp sind 33 also sind 30 und gehe dann mit acht treffer punkten also zwei mal acht und danach kann ich noch mit sechs angreifen na dann lass mal gucken ob das alles so aufgeht so die hat jetzt lebenspunkte bekommen jetzt hat er auch eine waffe und bekommt noch mehr schild verdammt ja das sieht nicht so aus als hätte ich den jetzt erfolgreich besiegen können so meine habe ich jetzt die sieben und der hat oh der hat eine sechserwaffe die er dreimal benutzen kann also beziehungsweise sechs schadenspunkte ja das wird nix das wird doch was okay danke es war knapp aber es hat noch geklappt also Stufe 2 zum Kartendeck hinzufügen und auf Stufe 3 gibt es dann die nächsten Karten okay so wie sieht es denn mit den Tagesquests aus Tagesabenteuer also die zehn Kreaturen habe ich doch jetzt das heißt das bekomme ich jetzt bezahle für zehn Hilfskarten habe ich ja auch im Spiel gemacht und schließe drei Solospiele ab alles erledigt ja und schon gibt es die nächsten bezahlt für fünf Hilfskarten schließe vier Kapitel als Vanescula ab gewinne ein Spiel besiege 25 Kreaturen schließe 25 Kapitel ab das sind mindestens fünf Spiele zumindest ähm als wer Vanescula ah ja die Vampirin Vanescula okay dann müsste ich die erstmal besiegen bevor ich in der Lage bin gegen die zu spielen okay der Raptor war jetzt etwas schwieriger aber dann spiele ich mal den Raptor trotzdem noch weiter also dieses Mal verwirfe eine zuverlegen Karte damit ich einen Angriffsgrund bekomme und gut dann den nächsten Gegner wieder Angriffspunkte hinzufügen so Gold habe ich keins ja und dann kommt die nächste ach Angriffspunkte hinzugefügt das ist schmerzhaft da hat sie zumindest dann fünf Schadenpunkte bekommen sehr praktisch aber wahrscheinlich als Vampirin wird sie sich noch irgendwo an mehreren Stellen genau Stiegel bis zu 1 nach 4 vom Gegner gedauert das habe ich für einen Vampir auch erwartet so und jetzt hat die auch schon eine Angriffsstärke dazu bekommen na prima also wie geht es jetzt weiter Geld habe ich weiter nix erhalte RP in Höhe des Gesamt-RP des Gegners Rüstungspunkte in Höhe des Gesamt-Angriffspunkte des Gegners plus 1 und 4 und hier bekomme ich 4 Rüstungspunkte okay dann erstmal den besiegen damit ich die 4 Rüstungspunkte habe 7 Schaden naja das heißt beim ersten Angriff geht dann auch noch was durch und zwar 3 Lebenspunkte und danach bekomme ich zumindest dann 4 Rüstung wieder und eine Goldmünze und dann kann ich mir hier naja noch ein bisschen mehr Rüstung zulegen mehr geht nicht ich stehe bis zu 2 abgeholt vom Gegner jetzt klaut er ja schon wieder Lebenspunkte und bekommt noch mehr Kohle so weiter auf zum dritten Kapitel es wird auch immer wieder zufällig aus diesen ganzen Bereichen ausgewählt auch wenn die jetzt überhaupt keine spezifischere Bedeutung haben außen natürlich ja dass die einfach hintereinander gefügt werden entferne 6 Trefferpunkte und bekomme dafür 8 Rüstung Ziel 2 Karten erleide 2 Schadenspunkte dafür bekomme ich zumindest ein bisschen Gold wenn ich Schadenspunkte bekomme dann geht das wenigstens auf die Rüstung und den bräuchte ich sowieso allein dafür dass ich mir nachher sobald ich die Rüstung da hole das sinnvoll leisten kann so im Moment müsste ich den 16 Schaden wenn ich 16 Schaden einstecke dann ja dann ist meine Rüstung auf jeden Fall schon mal wieder komplett weg habe dafür aber ein Angrusspunkt mehr bekomme hiermit jetzt noch 2 weitere Schadenspunkte und kann mir dann aber zumindest die Koppenrath und Wiese Heilung leisten na dann mal los zeig mir mal ob das so weit aufgeht also hier bekomme ich ja zumindest noch 2 Trefferpunkte wieder geheilt jetzt muss ich nochmal gucken also hier verliere ich 6 das sind 18 dann komme ich hier auf 20 und hier komme ich auf 27 habe dann nur keine Rüstung mehr und wenn der mir hier nicht irgendwie noch dazwischen funkt und das Ganze noch schwieriger gestaltet Stiel bis zu 2 Trefferpunkte vom Gegner okay, hier holt sich schon wieder was von mir so ja genau, jetzt habe ich die 20 und wieder 18 so, 2 Karte und jetzt die 16 nur noch und 7 Gesundheitspunkte so, als nächstes so, als nächstes Kapitel ha nur Kohle immerhin habe ich keine Waffe das ist der einzige Vorteil so, jetzt könnte ich natürlich nochmal heilen 4 HP von deiner nächsten Korrektur nützt mir nichts, weil ich keine habe mit dem Gegner ziehe eine Karte gut, einmal mit dem Gegner kämpfen und dann noch ein bisschen Heilung mehr kann ich an der Stelle wieder mal nicht tun sie hat 28 dann hat sie 24 und ich habe dann je nachdem, ob sie vorher noch gesteigert hat ne, aber Lebenspunkte ja, das ist natürlich blöd, dass das jetzt danach kommt weil sie die natürlich dann jetzt wieder 3 Lebenspunkte geheilt bekommt ich bekomme zumindest 7 und sie bekommt jetzt auch Angriffsstärke 4 oh nein das heißt, es ist wieder unentschieden 4 und 27 tja das wird knapp wenn es überhaupt aufgeht ich bräuchte jetzt so viel Kohle, dass ich hier mein Drachenlangschwert benutzen kann ja, super die 3 kann ich zwar nehmen dann kann ich hier noch einen Angriffspunkt bekommen halte Trefferpunkte in Höhe deiner Wustungspunkte ja, das kann ich mir eh nicht leisten das heißt, ich kann ja eh nur noch 3 ausgeben also gut also erstmal noch Angriffsstärke verbessern dann Wustung erhöhen dann kann ich zumindest dem Gegner noch 4 Schadenspunkte zufügen im Gegentausch zu den 4 wobei das mache ich am besten erst kurz vor Schluss so, dann, achso entferne 4 AP von deiner nächsten Kreatur das nützt mir ja nichts ja, also das eröffnet mir gar nichts als nächstes dann also 2 RP und füge dem Gegner 4 SP zu bringt es irgendwas, den trotzdem anzugreifen? wahrscheinlich nicht und zwar habe ich wüssten noch das Problem der wäre natürlich gut ja, wenn er nicht muss, ist das Problem, dass sie den noch verstärkt und dann habe ich Schwierigkeiten, dass ich da nochmal Schaden nehme okay ah, die nimmt auch 5 ja super 5 zu 27 so, ein bisschen Schild habe ich jetzt noch und die bekommt jetzt noch Schaden auf 7 so, jetzt greift sie mich an prima, klasse jetzt habe ich gar keine Rüstungspunkte mehr gehabt aber war ja nicht schlimm okay echt mit dem letzten Schlag wieder der Raptor wartet auf einen würdigeren Gegner jawoll und dann gib mal her die Kohle so, Level 3 für den Gegner 2 Schadenspunkte zu zum Kartendecks hinzufügen nächste Belohnung auf Stufe 4 Stahltitan 6 Goldmünzen und gibt einen Angriffspunkt okay Modus freigeschaltet Liga auf in den Wettbewerb stell dich anderen Spielern und Kämpfe um die Spitzenposition Belohnung beinhaltet saisonlimitierte Kartenrückseiten Kartenpakete, Juwelen, Splitter das müssen dann noch irgendwelche besonderen Sachen sein Kupfermünzel Kupfermünzentitel und Embleme okay Vaneskula Trefferpunktaufsorgerin in sterblicher Form mächtig und Trefferpunkte Maximiererin Vaneskula typische Karten Stiehlt 5 TP vom Gegner fügt dem Gegner 4 Schadenspunkte zu oder sterblich fügt dem Gegner 8 Schadenspunkte zu wie auch immer sie dann zu sterblich wird okay, das ist wahrscheinlich eine Standardkarte dann seltene sehr selten und dann ja, halt die verschiedenen Steigerungszufen eben das heißt, an die werde ich eh nicht so schnell rankommen auch werde ich jetzt nochmal einen Blick auf mein Deck werfen Casual Teste Decks und Fertigkeiten 108 Karten habe ich jetzt von 305 Tagesabenteuer 0 von 5 Gesamtsiege aktueller Rang das sind jetzt hier bezahlt für 5 Hilfskarten ich habe doch heute schon welche jetzt noch welche bezahlt in der Runde Siege 25 Kreaturen die laufen anscheinend nicht in den normalen Sachen oder wie zumindest nicht in den Solo-Spielen das sind jetzt wahrscheinlich Sachen, die muss ich im regulären Spiel gewinnen so, meine Skula ist jetzt auch freigeschaltet aber dann nehme ich jetzt nochmal den Raptor wobei ich jetzt immer noch nicht Decke erstellen Raptor selbst erstellt über den drin der Einstieg dient zeigt die wahre Macht von Russzeug und Trefferpunkten wird auf Stufe 10 freigeschaltet das sind deine gesammelten Karten jede Legende hat ihre eigenen Karten weg zu einer anderen Legende, in der du auf sie klickst wechsel zwischen deinen Kreaturen oder Hilfskarten du kannst nach Karten anhand ihres Namens, ihrer Kategorie, Effekte, ihrer Belohnung oder ihre Seltenheit suchen Goldpreis, Kreaturen und Trefferpunkten die Juwelensplitter kannst du mehr Karten herstellen dafür sind also schon mal die Juwelensplitter nötig alle von dir zusammengestellten Decks also gut, ohne Legendenfilter Karten für den Raptor anzeigen so, das ist eine von denen, die ich neu bekommen habe die Kosten 0 entfernt 8 Trefferpunkte dafür bekomme ich 2 Gold und 7 Rüstung ohne Legendenfilter Kreaturenkarten KDP-Agent die fiesen Pinguine Koblenüberfall nee, ich will die ja gar nicht drin haben dann hier Statistik Lebenspunkte und noch eine Bezeichnung für das Deck nee willst du wirklich auch, wenn das Deck zu behalten? ich nehme einfach das Standard Deck und werde jetzt noch die eine Runde gegen einen echten Spieler spielen okay, verwirft eine zufällige Karte das sieht doch eigentlich jetzt mal ganz gut aus bestätigen so, dann kann ich die beiden Agenten auf jeden Fall schon mal klein bekommen dann habe ich schon mal Angriffspunkte 4 und dann noch den Skelettkrieger und ein Panzer-Zombie dann mal los okay, und für den anderen läuft jetzt noch die Zeit das heißt je nachdem, wie schnell der andere ist desto schneller muss der andere dann auch fertig werden okay so, der hat zwei Goldmünzen bekommen und gut, der hat jetzt auch Angriffsstärke der 7, der Kuppenrad und Wiese ist kaputt gegangen genau, also hier werden jetzt die anderen Sachen auch gezählt das heißt, das sind tatsächlich dann die Online-Spiele in denen ich jetzt die verschiedenen Sachen absolvieren muss so, 3 zu 4 was Gold angeht und dafür 3 zu 4 ah ja, genau ich habe noch meine Rüstung dazu bekommen das heißt, leicht im Vorteil also, was haben wir denn jetzt so, 3 Punkte entfernt 3 Rüstungspunkte entfernt 4 TP von deiner nächsten Kreatur das lohnt sich eigentlich nicht sehr aber dann müsste ich die zumindest nicht angreifen kann ja eh nicht allzu viel machen also los kann eh nicht allzu viel einstellen immerhin habe ich diesmal mehr Geld, als ich ausgeben kann und bekomme dann auch meine Rüstung noch weiter verstärkt oh, es ist schon gleich wieder was ganz anderes gegen andere Menschen zu spielen als einfach nur gegen NPC zu spielen weil irgendwie erwartet man da doch noch irgendwas besonderes specialmäßig irgendwelche strategische Einfälle hier eine Bässe mit 5 oder mehr AP schmerzhaft Karte konnte nicht gezogen werden hat keine dann ist es ziemlich ungeschickt diese Karte auszuspielen so der ist jetzt schon gestorben und ich bekomme noch mehr Geld dazu jetzt hat er auch schon 4 Angriffspunkte das wird noch sehr interessant werden wer schafft es einen ausreichenden Vorteil zu erspielen entfernt meine Waffe Ausrüstung und den Rest die Waffen werde ich mir mal lieber noch aufheben weil die bringt mir jetzt eh noch keine Vorteile was natürlich er würde mich angreifen dann nehme ich die schon mal mit auf ich verliere sie ja aktuell nicht bei mehr als das kann ich sowieso nicht machen ist natürlich praktisch die Waffe noch nicht zu haben bevor das andere dort los geht was natürlich auch sinnvoll gewesen wäre die Waffe dann trotzdem noch bis zum Endkampf beizubehalten ja es bleibt auf jeden Fall spannend ok jetzt fügt er mir 4 Schadenpunkte hinzu oder vielmehr ab das heißt meine Wurstung wird vermindert und er bekommt jetzt auch schon aggressiv heißt anscheinend dass es trotzdem den Schaden bekommt aber jetzt hat er auf jeden Fall auch eine Waffe aber er hat mich auf jeden Fall nicht angegriffen das ist natürlich die Frage ob er jetzt in der 4. Runde seine Waffe bereits soweit verbraucht da bekomme ich auf jeden Fall Rüstung erhalte Trefferpunkte in Höhe deiner RP also das ist natürlich sinnvoll die zu machen das heißt hier kann ich die nach 2 Treffern abgeben dann bekomme ich die Wurstung und dann natürlich nochmal die Trefferpunkte in Höhe meiner RP wobei ich den vielleicht noch na ok wenn ich die Wurstung sowieso schon angelegt habe dann setze ich den aber lieber mal nach hinten für alle Fälle damit falls er mir Schaden zufügt da war er gerade fast gleichzeitig durch so Kreaturen besiegt mit dem Weg nur 2 Schadenspunkte plus 2 genau das war doch schon mal strategisch ganz gut hat aber solche Gäste nicht das heißt es nützt demnächst und jetzt 4 TP und jetzt bekomme ich nochmal 8 Trefferpunkte wieder dazu ok ich habe jetzt achso die hat nochmal was fallen lassen das habe ich jetzt gar nicht so genau am Auge gehabt also ich habe jetzt 9 Trefferpunkte Vorsprung das bringt ja nichts mehr achso naja doch da bringt es schon was ok das heißt ich hole mir den Schild verliere zwar 6 Trefferpunkte mir habe komme ich 16 Schild und dann noch den und damit kann ich mir die Waffe noch holen na da bin ich ja jetzt mal gespannt uh also 16 Schild dafür 2 Schadenspunkte oder einige Schadenspunkte weniger so jetzt bekomme ich nochmal Geld die Karten sind natürlich nutzlos und jetzt hole ich mir noch ein Schwert und jetzt gibt es auf die Mütze noch ein Treffer und das war's pfui das ging ja super aus ja Spiel gewonnen Angriff 5 Dingsbums und Eis und Faust und schlechter abgeschlossen 2 Siege bis zur nächsten Belohnung alles nehmen Stahl Titanen weiter und damit bin ich erreiche die Silberliga um deine Belohnungsdruhe zu öffnen und deine Saisonende Kartenrückseite zu erhalten ok dann muss ich aber noch einige Spiele gewinnen aber ja soweit ich hab gleich noch einen den Morumfragen besiegt den Berserker Meister erlegen von Kreaturen Kombinationsmeister und anhaltende Kraft ok ja das sind dann seine wieder von normal bis ultra epic irgendwas und dann habe ich jetzt die Tagesabenteuer jedenfalls abgeschlossen so die Hilfskarten 5 gespielt und ein Spiel gewonnen und gibt es hier jetzt gleich neue um 16 Uhr das heißt in 4 nein achso das zählt runter das heißt in 17 Stunden bekomme ich dann wieder neue Tagesabenteuer freigeschaltet na gut ich denke aber soweit war das ein ganz guter Abschluss jetzt einfach noch mal in dieser ja ein Online-Spiel zu bestreiten es ist auf jeden Fall eine interessante Abwechslung einfach ja dieses dieses Kartensammelspiel auch noch mal komplett umzudenken weil ich sozusagen durch meine eigenen Kreaturen durch muss um meinen Helden zu stärken um ihn dann im letzten Kapitel spätestens soweit einen Vorteil verschafft zu haben um dann gegen den anderen Gegner zu gewinnen also war schon sehr spannend faszinierende Abwechslung soweit für diese Folge von Angeschaut und Ausprobiert und vielleicht weckt es ja auch euer Interesse mal dort reinzuschauen und eine etwas andere Form des Sammelkartenspiels zu spielen also bis zum nächsten Mal Tschüss